Grüezi miteinander! Auf unserer Reise durch die Schweiz kommen wir dem Kern unserer Eidgenossenschaft immer näher. Mit dem Ort Appenzell haben wir vor einiger Zeit die 13 alten Orte angeschnitten. Mit dem Kanton Bern heute beginnen wir mit den 8 alten Orten. Wie bei einer Zwiebel schälen wir uns durch die Schichten der Schweiz und kratzen jetzt den letzten grossen Kern frei. Zwischen dem Beitritt von Freiburg und Solothurn und dem Beitritt Berns lagen satte 128 Jahre. Und mit dem Beitritt Berns und einigen Eroberungen durch und mit Bern sind viele wichtige Jahreszahlen und Ereignisse verbunden für die gesamte Schweiz. Aber eins nach dem anderen. Der Kern des Kantons ist, wenig überraschend, die Stadt Bern, die um 1191 gegründet wurde. Sie ist, genauso wie das schweizerische Freiburg und auch das deutsche Freiburg im Preisgau, eine Zeringer Stadt. Die Zeringer waren ein schwäbisches Adelsgeschlecht und vor allem vom 11. bis 13. Jahrhundert eine der einflussreichsten Familien Europas. Während das schweizerische Freiburg noch von Berthold IV. gegründet wurde, war es im Falle Berns Berthold V. Um nicht später noch einmal darauf zurückkommen zu müssen, sehen wir uns direkt an, woher Name und Wappen des Kantons Berns stammen. Noch heute teilen sich Stadt und Kanton beides. Also die Stadt Bern führt dasselbe Wappen wie der Kanton. Und in beiden Fällen müssen wir uns leider mit Vermutungen zufrieden geben, denn hundertprozentige Gewissheit werden wir wohl nicht mehr darüber erhalten, woher Begriff und Wappen stammen. Der Name Bern könnte auf den keltischen Begriff Berna zurückgehen, der so viel bedeutet wie Schlitz, Riss oder Kluft. Das könnte einen Flussübergang an der Are umschreiben. Eventuell ist aber auch der ursprünglich deutsche Name der oberitalienischen Stadt Verona, Bern, der Grund für die Wahl. Es gibt auch einen Mythos, der mit Herzog Berthold V. dem Stadtgründer zusammenhängt. Er soll die Stadt nach jenem Tier benannt haben, das auf dem erwählten Stadtgebiet als erstes gefangen wurde. Und das war ein Bär, deswegen Bern. Falls dieser Mythos stimmt, können die Berner froh sein, dass es hierzulande keinen Nacktmullen gibt. Beim Wappen ist immerhin klar, dass sich der Bär, unabhängig davon, wie die Stadt zu ihrem Namen kam, mit dem Namen Bern erklären lässt. Das Berner Wappen ist ein sogenanntes Sprechen des Wappen. Das heisst, das, was auf dem Wappen abgebildet ist, entspricht ungefähr dem Wortlaut des Namens. Die älteste bekannte Darstellung dieses Berner Bären finden wir auf dem Stadtsiegel aus dem Jahre 1224. Das war's dann aber auch schon wieder mit den einigermassen gesicherten Daten. Die Farbwahl lässt sich nur schwer erklären. Die Herzöge von Zeringen führten zwar Rot und Gold im Wappen, andere Zeringer Städte tragen aber weder Rot noch Gold in ihren Wappen. Auch weshalb der ursprünglich silberne Hintergrund zu einem goldenen wurde, kann genauso wenig gesichert nachgewiesen werden, wie warum dieser goldene Schrägbalken von Rot eingefasst wurde. Klar hingegen ist, dass dieses Wappen spätestens seit dem 14. Jahrhundert nicht mehr verändert wurde. Die Territorialpolitik der Stadt Bern begann Ende des 13. Jahrhunderts. Und die fand ganz ähnlich wie bei anderen Stadtstaaten der Eidgenossenschaft statt. Die Berner erweiterten ihre Gebiete durch Käufe, Pfandschaften, Eroberungen, der Schaffung wirtschaftlicher Abhängigkeiten oder allgemein mit Bündnispolitik. Womit wir selbstredend bei der Eidgenossenschaft ankommen. Die grössten Widersacher oder Mitbewerber auf regionaler Ebene waren im 14. Jahrhundert die Häuser Habsburg, Kiburg und die Stadt Freiburg. Und mit dem Hause Habsburg als Konkurrent ist ein 1323 geschlossenes Bündnis mit den Waldstätten, also den drei Urkantonen, eine vollkommen logische Konsequenz. Denn die haben sich zu jenem Zeitpunkt bereits erfolgreich gegen Habsburg zur Wehr gesetzt. In diesem Pulverfass an möglichen Konflikten möchte ich den Laupenkrieg von 1339 herausstreichen. Und das aus mehreren Gründen. Auslöser für diesen Krieg zwischen Bern einerseits und Adligen aus der Westschweiz und der habsburgischen Stadt Freiburg andererseits waren die Gebietszugewinne der Berner, natürlich auf Kosten von unter anderem Freiburg. Dieser sich andeutenden Vormachtstellung Berns sollte Einhalt geboten werden. Vergeblich. Die Berner und ihre Verbündeten waren siegreich. Und gleich mehrere Aspekte dieses Sieges waren wegweisend. Die Stellung Berns wurde gefestigt und auch das 1323 geschlossene Bündnis mit den Waldstätten wurde gestärkt. Da eben die Urschweizer Wort hielten und ihrem Verbündeten Bern zu Hilfe kamen. Zudem war dieser Laupenkrieg von 1339 wohl die Geburtsstunde des Schweizer Kreuzes. Auf beiden Seiten kämpften viele verschiedene Städte, Orte, Grafschaften und Freiherren. Da es damals aber noch keine Uniformen gab, verwendeten die Berner und ihre Verbündeten ein Erkennungszeichen. Ein dünnes, bis an die Ränder durchgezogenes, weisses Kreuz auf rotem Grund. Und daraus sollte sich über die Jahrhunderte das Schweizer Kreuz entwickeln. Ein relativ simples Erkennungszeichen. Die Farbe Rot wurde wohl wegen ihres häufigen Gebrauchs gewählt und das weisse Kreuz aus dünnen Bändern, weil es schnell und einfach befestigt werden konnte. Das 1323 befristete Bündnis mit den Waldstätten wurde 1353 mit einem unbefristeten ersetzt. Und das interpretiert man gemeinhin als Beitritt zur Eidgenossenschaft, auch wenn Bern mit diesem Bündnis nur indirekt mit Zürich oder Luzern verbandelt wurde. Als dann, 1353, die Vormachtstellung Berns wurde gefestigt. Und das goldene Berner Zeitalter liegt vor uns. Bern sollte nämlich noch wachsen, und zwar sehr. Wichtig nicht nur für Bern, sondern für die Eidgenossenschaft insgesamt, war 1415 die Eroberung des damals habsburgischen Aargaus. Warum? Einerseits erweiterte Bern sein Gebiet bis weit in den heutigen Aargau, die Bündnispartner der Eidgenossenschaft rückten noch näher zusammen und die Gebiete zwischen Bern und Zürich wurden miteinander verbunden. Andererseits verwaltete die Eidgenossenschaft zum ersten Mal ein Gebiet gemeinsam als gemeine Herrschaft, die Freien Ämter, im Südosten des heutigen Aargau ausgelegen. Wir erlebten 1415 also noch einmal eine Stärkung dieses Bündnisses, eine Stärkung der Eidgenossenschaft. Das war aber noch lange nicht der Schlusspunkt der Berner Expansionspolitik. 1536 eroberten die Berner das Wattland und kontrollierten dazu noch einige Gebiete gemeinsam mit Freiburg. Am Höhepunkt des Berner Zeitalters kontrollierte Bern ein Gebiet, das fast vom Südende des Genfersees bis weit in den Aargau reichte. Endgültig beendet wurde diese Machtfülle durch Frankreich, als französische Truppen 1798 die Schweiz besetzten und die Helvetische Republik gegründet wurde. Besonders interessant, die kleinste Ausdehnung des Gebietes mit Namen Bern folgte direkt auf die grösste. 1798 sollte der Kanton Bern wesentlich kleiner als heute sein. Das südliche Oberland wurde erst abgetrennt und zu einem eigenen Kanton. Das wurde aber schon bald wieder mit Bern vereinigt. 1815 am Wiener Kongress erhielt Bern zudem das ehemalige Fürstbistum Basel. Obacht, die Kantone oder die Stadt Basel und das Fürstbistum Basel sind unterschiedliche Gebiete. Und was aus diesen Bezirken später einmal werden sollte, das weiss natürlich jeder, weil ihr alle Beiträge gesehen habt und regelrechte Schweiz-Experten seid. Die drei nördlichen jurassischen Bezirke trennten sich 1979 von Bern und gründeten den Kanton Jura. Der einzig deutschsprachige jurassische Bezirk, der auch zu Bern gehörte, wechselte 1994 zu Basel-Landschaft. Und wie schnell es im Falle Berns gehen kann, zeigt Folgendes. Ich bereite Bilder und Daten oft im Vorhinein vor. Und zum Kanton Bern erstellte ich das Grundbild. Das ist Stand heute aber hoffnungslos veraltet. Deswegen hier das neue Grundbild. Seht ihr es? Die zweite Exklave hier, Clavalère, wechselte zu Jahresbeginn den Kanton und ist nun Teil der Gemeinde Murten, also Teil des Kantons Freiburg. Clavalère zählt nur etwa 50 Einwohner und der Wechsel war mehr aus administrativen Gründen. Die Exklave direkt nebenan, München-Wieler, ist 1527 nach Reibereien mit Murten zu Bern gelangt. Das frohe Bern verlassen ist aber noch nicht zu Ende. Die Gemeinde Moutier, direkt südlich des Kantons Jura, möchte zum jurassischen Norden wechseln. Und das werden sie vermutlich in den nächsten Jahren auch tun. Es ist durchaus denkbar, dass auch noch weitere Gemeinden aus dem Berner Jura einen Kantonswechsel anstreben. Man kann also festhalten, dass kein anderer Kanton stärker gewachsen und wieder geschrumpft, gewachsen und wieder geschrumpft ist als Bern. Vom goldenen Zeitalter Berns zum zusammengestauchten Kanton in der Helvetik, mit allen jurassischen Bezirken, mit nur noch 4, 3, 2, 4 Fünftel, wenn Moutier irgendwann wegfällt und so weiter. Heute ist der Kanton flächen- und bevölkerungsmässig auf dem zweiten Platz. Nur der Kanton Graubünden ist noch grösser. Mit 1.040.000 Menschen ist Bern neben Zürich der einzige Kanton mit mehr als 1.000.000 Einwohnern. Er ist auch der letzte Kanton auf unserer Reise, in dem auch Französisch gesprochen wird. Relativ logisch, das betrifft die südjurassischen Bezirke im Norden, die zu Bern gehören. Insgesamt sind es etwa 11% der Bevölkerung, die Französisch sprechen. Wie sich das berühmte Berndeutsch anhört, das hören wir hier. Was man im Jassen macht Jassen ist für viele nicht einfach irgendein Spiel. Es ist das Traditionsspiel in der Schweiz und wird sicher auch schon in ganz vielen anderen Ländern gespielt. Es gibt ganz viele selbsternannte Expertinnen und Experten und dann gibt es noch die, die wirklich besser spielen als andere. Auf jeden Fall gibt es fast in allen Partien hitzige Diskussionen, was man macht und was man nicht macht und was jetzt auch wie erzählt und was doch wann hätte besser gespielt werden können. Es ist so, Jass ist nicht einfach irgendein Spielchen mit fünf Regeln zu befolgen. Im Jass gibt es unzählige verschiedene Formen und es können verschiedene Trümpfe angesagt werden. Je nach Region und Alter von den Spielerinnen und Spieler unterscheiden sich die Regeln auch leicht voneinander. Und neben diesen, ich nenne es jetzt eben mal Regeln, gibt es noch den Jass Kniggen. Weil es gibt ja eben auch einfach Sachen, die man macht und die man nicht macht. Es fährt schon vor dem Spiel an. Nach dem Karten-Mischeln wird abgehoben. Beim Abheben ist es aber wichtig, dass man die Spiegelchen, die man vom Stapel abhebt, näher zu dieser Person herlegt, die gemischelt hat, als zu einem selber. Umgekehrt wäre es nämlich unfreundlich. Wichtig ist aber, dass man mindestens drei Karten abhebt. Das war Anna von der Seite Berndütsch. Und ich möchte euch diese Seite ans Herz legen. Zwei junge Bernerinnen produzieren Podcasts und Produkte rund um das Thema Bern und Berndütsch. Ich erhielt und erhalte Nachrichten, die mich fragen, ob und wie man mich unterstützen könnte. Da man mir eh nicht mehr helfen kann, verweise ich auf die Produkte, die auf Berndütsch zu finden sind. Man findet hier nicht nur typisch schweizerische Jasskarten auf Berndütsch, sondern alles ist entweder direkt in Bern oder etwas ausserhalb, aber definitiv immer in der Schweiz nachhaltig hergestellt worden. Falls ihr also einmal bei mir ein Trinkgeld hinterlassen wolltet, dann macht das dort. Da bekommt ihr nachhaltige, in der Schweiz hergestellte Produkte und unterstützt ein sympathisches Projekt. Schaut also vorbei. Und wenn das jetzt einfach keiner tut, dann stehe ich wie der letzte Trottel da. Wollt ihr das verantworten? Könnt ihr das verantworten? Egal. Obligatorisch natürlich auch hier der Zusatz, dass in Bern verschiedene Dialekte gesprochen werden. Das eben Gehörte deckt nicht den ganzen Kanton ab. Sprachlich noch spezieller ist nur noch das Mattenenglisch. Die Mathe ist ein Quartier in der Stadt Bern und es liegt direkt am Ufer der Are. Und genau dort hat sich eine Art Spielsprache entwickelt, die man heute noch lernen kann. Die Metteler waren Fischer, Handelsleute, Tagelöhner und gehörten zur städtischen Unterschicht. Direkt an den Ufern der Are brachten Handelsleute viele Begriffe aus anderen Sprachen, wie dem Französischen oder dem Rotwelschen, also dem Hebräischen oder Jänischen. Und diese Begriffe vermischten sich mit dem Deutschen und es entstand eine Art Geheim- oder eben Spielsprache. Dunsmer-Eligulem ist ein bekanntes Beispiel, das gerne auch bei Rundgängen durch Bern erwähnt wird. Dunsmer-Eligulem bedeutet, gib mir ein Stück Brot. Teils entstanden die Begriffe aus anderen Sprachen, teils hat man mit deutschen Begriffen gespielt und die Worte umgekehrt. Und ans Ende wird ein E gehängt. Aus dem Tisch wird dann zum Beispiel ein Ischte, aus einer Bank eine Inkbe. Und so lagen zwischen den Mettelern am Areufer und den etwas weiter entfernten Stadtbernern sprachlich Welten. Politisch ist der Kanton Bern insgesamt doch recht ausgeglichen, mit leichtem Mitte-Rechts-Trall. Die Stadt Bern hingegen ist linksgründominiert und mit knapp 135'000 Einwohnern die fünftgrösste Stadt der Schweiz. Und warum sollte ich, armer Tor, die Schönheit der Stadt Bern herausstreichen, wenn es einer der grössten Dichter aller Zeiten getan hat? Johann Wolfgang von Goethe meinte in einem Brief an seine Freundin Charlotte, Bern sei die schönste Stadt, die sie gesehen haben. Ob das jetzt generell gemeint war oder sich nur auf diese eine Reise bezog, ist nicht zu 100% klar. Aber hey, das sollte doch reichen, um die wunderschöne Stadt einmal zu besuchen. Denn sie ist wirklich schön. Sie ist nicht nur der Kern des mächtigen Berns, das über so viele Jahrhunderte die Eidgenossenschaft prägte, sondern auch unsere Bundesstadt. Das Bundeshaus in Bern ist das Herz der Schweizer Demokratie und seine Hallen sind architektonisch eine Offenbarung für das Auge. Obwohl Bern de facto als Hauptstadt der Schweiz bezeichnet werden kann, wird sie rechtlich nirgends so genannt. In den Verfassungen Deutschlands oder Österreichs werden Berlin und Wien explizit als Hauptstädte bezeichnet. In der Schweizerischen Bundesverfassung sucht man nach einer solchen Formulierung vergebens. Auch mit einer gewissen Ironie verbunden ist, Der Kanton Bern, damit der Stadt Bern das Zentrum der Schweizer Demokratie symbolisiert, hat als letzter Kanton die Volks- und damit Direktwahl des Ständerates eingeführt. 1977, über 100 Jahre nach dem ersten Kanton Basel-Landschaft. Jetzt hat bereits Goethe davon gesprochen, dass die Stadt Bern so schön sein soll. Wie schön der Kanton Bern ist, dafür bemühen wir niemand Geringeres als den Schöpfer des Herrn der Ringe. Denn es ist vollkommen unnötig, den weiten Flug nach Neuseeland anzutreten, um Mittelerde zu besuchen. Die Inspiration, wie Teile Mittelerdes im Allgemeinen oder zum Beispiel Bruchtal im Speziellen aussehen soll, die holte sich Tolkien im Berner Oberland. Und wenn man sich Bilder von lauter Brunnen im Süden des Kantons ansieht, versteht man die Ähnlichkeiten. Ihr reist mit der Gemeinschaft des Rings also im Grunde genommen nicht durch Neuseeland, sondern durch die Schweiz. Das war er also. Der Kanton, der auf dem Höhepunkt seiner Macht vom Genfersee bis in den Aargau reichte. Der Kanton, der wie kein anderer Land eroberte und wieder verlor. Zugesprochen bekam und wieder verlor. Der Kanton, in dessen Kern das Herz der modernen Schweizer Demokratie schlägt. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.